Die visuelle Kraft. Mindblowing. Ohne groß nachzudenken, begann ich zu malen. Unglaublich, phänomenal. Also wirklich noch nie so eine Ausstellung erlebt. Wahnsinn, total schön, mega immersive, 360 Grad einfach zurücklehnen, genießen. Ich habe nie Träume gemalt. Ich male meine eigene Realität. Es war total beeindruckend. Ich finde es wow, muss ich sagen. Ja, super cool. Also ich finde es einfach ein total neuer Eindruck, den man gewinnen kann über Frida Kahlo. Vor allem, wenn man sich noch nicht so auskennt. Und einfach auch diese ganze immersive Erfahrung finde ich einfach super. Es ist einfach was Neues und ja, macht total Spaß. Mega, wirklich unglaublich. So viele Farben und Gefühle, die man von ihr mitbekommt. Ich fand es richtig super. Bitte hingehen, bitte unbedingt erleben. Ich verspotte den Tod und lache über ihn, damit er mich nicht bekommt. Ich verspotte den Tod und er mich nicht verabschieden. Und ich werde mich nicht verabschieden. Ich verspotte den Tod und blache über ihn. Ich verspotte den Tod und ausmelde, der es mich anúcar zu hören. Ich verspotte den Tod und her, wenn es die Augen ist, ich nicht verabschieden. Ich verspotte den Tod und her, wenn es nicht verabschieden. Vielen Dank.